Hallo und willkommen zu diesem Video, ich habe überhaupt keinen Plan wie lange es geht, aber wenn ihr schon drauf geklickt habt, dann schaut es euch bitte bis zum Ende an, denn mir liegt wirklich was an diesem Video. Ganz kurz vorweg, ich bin bzw. war krank, ich hatte irgendwie einen Infekt, was auch immer, hab ein bisschen Husten gehabt, ein bisschen Stupfen und vor allem Fieber, das war echt mega mega scheiße. Ich lag die ganze komplette letzte Woche einfach nur auf dem Sofa rum, weil ich durchgehend irgendwie Fieber hatte, mal weniger, mal mehr, das hat die ganze Zeit schon her geschwankt, war auf jeden Fall mega mega scheiße. Mir geht's so langsam besser, es war wirklich mega mega gut, dass ich noch Videos vorproduziert hatte, deswegen nicht wundern, das letzte Video was kam, kam glaube ich am Montag, das hatte ich noch vorproduziert, seitdem her kann ich, ich kann noch nichts aufnehmen. Also ich hatte nur die vorproduzierten Videos quasi, aber zum Glück hatte ich die, sonst hätte ich nämlich gar nichts gehabt. Dieses Video hier wird das einzigste allerdings in dieser Woche sein, denn ich bin am Wochenende wieder weg und kann erst ab nächster Woche wieder aufnehmen, nur dass ihr da hingegen Bescheid wisst. Aber ich denke, das ist hoffentlich kein Problem, ja folgt mir auf Instagram, dann poste ich auf jeden Fall am Freitag oder so ein Bild. Am Freitag bin ich nämlich abends im Stadion von Fürth und schaue mir das Spiel an, Fürth gegen Regensburg. Nein, ich bin kein Fürth-Fan, eigentlich Bayern-Fan, aber bei den Fürthern bin ich ab und zu im Stadion, das erzähle ich in Streams auch immer, ist eine längere Geschichte, aber ist egal. In diesem Video soll es allerdings um YouTube gehen. YouTube macht mit uns YouTubern scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist mega, mega kacke. Jan, also abgezockt, hat auch ein Video dazu gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Ich werde ein bisschen was ähnliches erzählen wie er, allerdings halt meiner Version. Ich hoffe, wie gesagt, ihr bleibt dran. Und ich kann vorweg schon mal sagen, Glocke aktivieren. Ihr müsst die Glocke aktivieren, so leid es mir tut. Ich wollte das nämlich nie, nie sagen. Das hat, wie gesagt, auch Jan abgezockt gesagt, wer seinen Kanal übrigens noch nicht kennt, seinen Kanal auch rechts oben beim i verlinkt. Das ist einfach so eine Sache, das wollen nicht alle YouTuber sagen. Dieses, ey, Glocke aktivieren, bla bla bla. Wer das für nötig hält, kann auch gerne in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv oder irgendwas schreiben. Das machen ja manche YouTuber so, ja, wer das schreibt, der wird dann gegrüßt oder was auch immer. Äh, das möchte ich nicht machen. Das, äh, ist aber aus einem einfachen Grund. Die Leute, die das machen, die eben sagen, wenn ihr Hashtag Glocke aktiv oder was auch immer kommentiert und die Glocke wirklich aktiviert, dann werdet ihr gegrüßt, bla bla bla. Das machen die Leute einfach nur deswegen, da sie darauf hoffen, dass ihr die Glocke dann nicht mehr deaktiviert. Und wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann bekommt ihr alle Videos angezeigt. Und das ist der sprengende Punkt, warum ich es jetzt auch sage. Ich werde es nicht zu oft erwähnen, aber ab und zu mal erwähnen, vor allem jetzt in den nächsten ein, zwei Folgen, die ich dann aufnehmen werde. Wenn ich dran denke, werde ich es nochmal erwähnen, dass ihr die Glocke aktiviert. Denn es werden euch nicht alle Videos von meinem YouTube-Kanal angezeigt. YouTube zeigt nicht alle Videos an, obwohl ihr mich abonniert habt. Normal sollten alle Videos in der Abo-Box kommen. Das war früher so, dass alle Videos von den Leuten, die ihr abonniert habt, in der Abo-Box einfach erscheinen. Das ist nicht der Fall. Denn YouTube sagt, hey, zum Beispiel jetzt bei mir, in meinem Fall, Mike Let's Play, wenn ihr mich jetzt abonniert habt, aber nur PES-Videos von mir schaut, dann werden euch automatisch andere Videos wie den Mother Simulator, ein FIFA 18 Video oder irgendwas anderes nicht angezeigt. Und das ist einfach scheiße, ist das. Denn manche Videos, zum Beispiel der Mother Simulator letztens, da habe ich zwei Videos rausgehauen. Das erste ist auch relativ gut angekommen. Das zweite ist schon eher weniger gut, denn es wurden wahrscheinlich nicht allen Leuten angezeigt. Und das ist einfach schade, denn es geht jetzt nicht immer nur darum, Klicks und was weiß ich, denn nein, ich möchte euch ja den Tag verschönern und was weiß ich. Und mir geht es ja schon darum, zu sagen, hey, ich will so viele Videos wie möglich rausbringen. Ich kann nicht mehr jeden Tag ein Video bringen, das habe ich ja mal eine Zeit lang gemacht. Aber manche wünschen sich das vielleicht noch und dann bringe ich vielleicht so drei in der Woche und dann werden manchen von euch nur eines, ein Video oder zwei Videos oder was auch immer angezeigt. Das ist dann einfach noch mal einfach weniger, als ich eigentlich mache. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist einfach scheiße. Denn ihr habt mich ja wahrscheinlich abonniert, weil ihr meine Videos sehen wollt. Also ich finde dieses Thema einfach kacke. Ich will jetzt auch nicht viel zu viel darüber reden. YouTube, wie gesagt, zeigt einfach nicht alle Videos an. Und das ist einfach scheiße, das finde ich so. Es gibt bestimmt auch von euch Leute, die einfach sagen, ihr mögt mich nicht immer unbedingt diesen Content, was ich mache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Vlog machen würde, würden das vielleicht nicht so viele feiern, wie wenn ich wieder weiterhin PES-Videos bringen würde. Die sagen dann, hey, ja, der Vlog, der ist nicht so geil, feiere ich nicht, was auch immer. Aber es gibt auch Leute, die sich trotzdem den Vlog angucken, weil sie sagen, hey, ich mag den Typen einfach und ich kann über ihn lachen, ob er jetzt ein PES-Video macht, ob er ein Mother-Simulator macht, was auch immer. Das ist einfach der Punkt, dass ihr, ihr habt das Recht, finde ich, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, über jedes Video, was ich hochlade, über jede Aktivität auf meinem Kanal benachrichtigt zu werden. Das finde ich dann einfach kacke von YouTube, dass man jetzt extra die Glocke dafür aktivieren muss und es nicht wie früher eben einfach nur Abo und du kriegst einfach in deiner Abo-Box die ganzen Videos. Nein, warum auch immer, man muss die Glocke aktivieren. Deswegen, wenn ihr dieses Video seht, mich abonniert habt, die Glocke allerdings noch nicht aktiviert hat, tut es gerne, wenn ihr es möchtet. Ihr müsst es überhaupt nicht tun, aber wenn ihr es möchtet und wenn ihr wirklich jedes Video von mir angezeigt haben möchtet, dann aktiviert die Glocke. Dankeschön, haut rein, bis dahin und wir sehen uns dann nächste Woche. Haut rein, ciao, ciao.